Heute Abend, für alles, was du uns gegeben hast, für alles, was du gesagt hast, für alles, was du getan hast, wir danken dir für diese Waffenrüstung, die du uns geschenkt hast. Herr, dass wir uns selbst beschützen, dass wir damit auch im Sieg wandeln. Halleluja! Sag mal alle zusammen, größer ist der, der in mir ist, als der kleine Teufel. Der kleine Teufel. Sag mal alle zusammen, der kleine Teufel. Ein kleiner Teufel und ein gewaltiger Gott. Amen! Wir haben einen großen Gott. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir möchten auch alle willkommen heißen, die über Livestream verbunden sind, oder online, über YouTube, oder sonst wie. und wir hatten auch schon einige vorhergehende Botschaften, bevor wir hier jetzt heute Abend gelehrt haben. Und die sind auch verfügbar, ja, online. Entweder im Video- oder im MP3-Format. Okay, ihr könnt euch setzen. Also, dieser Schild des Glaubens ist nicht nur für uns persönlich, dass wir unseren Glauben gebrauchen, dass all die Manifestationen Gottes sich manifestieren, sondern es heißt auch, dass es die feurigen Pfeile auslöscht. Also, diese Pfeile fliegen und sie treffen auf diesen Glauben und sie werden ausgelöscht. Und der Glaube ist dazu da, dass diese Attacken gestoppt werden darf, von ihren Lauf zu vollenden. Dieser Glaube ist dafür da, die Pläne des Teufels in deinem Leben zum Stoppen zu bringen. Und anstelle davon, die Manifestation des Planes Gottes hervorzubringen. Und dank sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Und das können wir in der Situation auch sehen. Der Teufel hat versucht, die Gemeinde aufzuhalten. Und Petrus und Johannes teilten der Gemeinde mit, womit sie bedroht wurden. Und dann Vers 24, als sie es hörten, fingen sie alle an zu zittern in Panik und sagten, hey, wir müssen hier aufhören. Heißt es hier so? Nein. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und bemerkt hier, wie es oft dabei heißt, sie. Sie. Das hier ist ein Sie. Sie zusammen. Sie taten es zusammen. Sie beteten zusammen. Sie sprachen zusammen das Wort Gottes. Sie haben zusammen diesen Schild in den Boden gerammt. Halleluja. Halleluja. Es war eine Attacke gegen sie alle zusammen. Und sie haben zusammen diesen Schild wirklich fest. Sie haben zusammen die Schilde gehängt. Sie haben zusammen die Schilde in den Boden gestampft, sodass sie feststecken blieben. Und sie haben zusammen angehalten. Auch im Gebet. Und das bringt uns hinein in das siebte Teil der Waffenrüstung. Und das wird genannt, die... Oh, I don't know. A lance is where they would shoot these... Ach so. Äh. Ja, ja, nee, die Schleuder. Das bringt uns zu dem siebten Teil der Waffenrüstung, das wie so eine Steinschleuder war. Übersetzt in moderne Zeiten der Kriegsführung. Würde man sagen, wie zum Beispiel Soldaten, Soldaten, die im Irakkrieg waren, die ich auch persönlich kenne, weil sie in meiner Gemeinde waren. Und sie waren wirklich im Irak-Einsatz. Denn bevor die Fußsoldaten und die Leute, die mit Panzern reinkamen, bevor all diese anrückten, ist die Luftwaffe erstmal vorgerückt. Und sie sandten Raketen. Sie sandten diese Bomber. Und sie gingen voraus. Und haben bombardiert. Und danach kamen erst die Fußsoldaten. Und genau das war also diese Wurfschleuder. Und diese Wurfschleuder kann man finden. Haltet euren Finger hier rein in Apostelgeschichte 4 und blättert mal kurz zurück in Epheserbrief Kapitel 6. Und schaut euch das an. Es heißt, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils, da kommen wir in einer Sekunde drauf zurück, das wäre nämlich Nummer 5, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, das wäre Nummer 6, aber Nummer 7, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Genau hier ist diese Wurfschleuder für Bitte. in den Rest treten und über Dinge zu beten, die in der Zukunft sich befinden. Okay, lasst uns damit wieder zurückgehen in Apostelgeschichte 4. Und es heißt hier, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme zu Gott. Einmütig. Und wie kann man einmütig die Stimme erheben, wenn man nicht dasselbe Fundament des Glaubens hat? Aber wenn man zusammen gelernt hat und weiß, was das Wort Gottes sagt, kann man zusammen auch einmütig im Gebet den Glauben einsetzen und für Dinge, und für Situationen Gottes Willen freisprechen. Und denkt mal über dieses Zeugnis nach, das ich ja schon mehrmals gegeben habe, dass für Deutschland gebetet wurde. Die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland fiel im Jahr 1989, oder? Ich ging zu Rehmer 1981. Und es war in diesem Jahr 1981 im Wechsel auf 82, wo wir uns versammelten und ich erinnere mich, es war Freitag oder Samstagabend und wir beteten für diese Nation. Damals wusste ich noch nicht, dass ich jemals hier sein würde. Und es war für mich alles neu, dass ich zusammenkam mit einem ganzen Haufen von Leuten, um wirklich miteinander zu beten. Wo all diese Leute zusammenkamen und das Wort sprachen und wo man auch zusammen in Zungen betete. Und da waren wenigstens tausend Leute versammelt und Bruder Hagen leitete das Ganze, weil der Herr ihn leitete, die Leute zu versammeln, dass man für Europa betete und dann für Russland, die damals noch Teil der Sowjetunion war, also Russland, unter kommunistischer Herrschaft und dass man für Asien betete. Und wir haben angefangen im Gebet für Europa und für Deutschland, zumindest als ich dazu kam, Ich weiß nicht, was sie vorher schon alles gebetet hatten. Ich kam dazu und all das war dann auf einmal total neu für mich. Und ich erinnere mich noch, Bruder Hagen kniete und auch andere Leute knieten und er predigte nicht, sondern er betete. Er sprach das Wort und wir alle beteten in Zungen zusammen und ich habe einfach mitgemacht, in Zungen zu beten und ich erinnere mich, als er aufstand und rief, wir haben es, wir haben es. Ich weiß, die Mauer in Deutschland ist gefallen. Das war 1981-82. Sieben Jahre später war das dann so wie diese Wurfschleuder. Es war dieses Gebet, was in die Zukunft geworfen wurde. Und ihr kennt ja die Geschichte, wie sie verlaufen ist, was in Deutschland passierte. Diese Mauer ist eigentlich übernatürlich gefallen und das sollte so eigentlich nie passieren. Ich wusste, dass die Mauer viel als es passierte, weil ich in meiner Gemeinde Leute hatte, die im Militär waren und die in Deutschland waren und sie haben mir tatsächlich auch ein Stück dieser Mauer aus Deutschland mitgebracht. Aber es dauerte noch, bis ich selber hier nach Deutschland kam, um herauszufinden, wie übernatürlich die ganze Aktion war, dass die Mauer tatsächlich gefallen ist. Und wisst ihr, wir wandeln heute in Dingen, die gestern oder irgendwann in der Vergangenheit schon ausgebetet wurden. Das Gebäude, das wir haben, ist eine Manifestation von Gebet. Und die Tatsache, dass wir immer noch dieses Gebäude haben, nachdem was letztes Jahr so los war, ist eine Tatsache davon, dass Gebet drinsteckt. Dieser Boden ist eine Manifestation. Und wenn ihr euch draußen die Mauer anschaut, was da jetzt gemacht wurde, wir haben nicht mal drum gebeten, sondern es wurde einfach gemacht, auch das ist eine Manifestation von Gebet. Halleluja. Das Ganze ist wirklich so vorbereitet worden. Und ich sage euch eins, wenn wir einen anderen Eigentümer hätten, wäre diese ganze Geschichte höchstwahrscheinlich vollkommen anders ausgegangen. Halleluja. Halleluja. Und wir haben aber nicht aufgegeben. Und wir haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir das tun. Aber erinnert euch, Pastora hatte diesen Traum, was auch Teil von diesem Wurfgeschoss war, dieser Schleuder, was uns half, zu wissen, was wir zu tun hätten. Gebet. Gebet ist Fundament dafür, dass der Wille Gottes sich auch manifestiert. und wenn Gottes Volk, wenn seine Leute nicht wirklich beten, wird sein Wille sich so auch nicht manifestieren. Und wenn jede einzelne Generation nicht den Willen Gottes ausbetet, den Plan, den er hat, dann wird für diese Generation auch nichts passieren. Aber wir beten doch, oder nicht? Sag mal deinem Nachbarn, wir beten. Und Gott ist am Wirken. Gott ist dabei, zu wirken. Gott wirkt. Halleluja. Halleluja. Eine Stunde bevor der Gottesdienst beginnt, ist etwas passiert und ich sage, Halleluja. Und während ich noch da saß und Dinge fingen an zu strömen, ich saß dort und sagte einfach, Danke, Herr, und ich sah ein paar Dinge, ich habe Dinge erleben dürfen, für die vor ein paar Tagen gebetet wurde. Und es ist noch nicht alles vollkommen abgeschlossen. Aber ich sage euch eins, wenn das wirklich dann schließlich vollkommen abgeschlossen ist, werden wir ein gewaltiges Zeugnis haben. Und wisst ihr was? Wir müssen auch nicht über alles, die kleinsten Details Bescheid wissen, weil wir den Heiligen Geist haben, der durch uns in neuen Sprachen Dinge durchbetet. Und ich sagte dieser Person, wir sind im Gebet und Gott ist wirklich in Bewegung, Punkt und Ende. Und wir hören auch nicht auf zu beten, bis wir die vollkommene Manifestation haben. Halleluja! Seht ihr, das ist wirklich ein Kampf! Aber wir bleiben dabei, bis wir die Verheißung Gottes in vollkommener Manifestation erleben. Halleluja! Und schaut euch das an. Ich möchte, dass ihr erkennt, was sie in diesem Gebet wirklich tun. Sie fangen damit an, zu erkennen, wie gewaltig Gott eigentlich ist. Seht ihr, der Teufel bemüht sich nach Kräften, irgendwelche Situationen so ausschauen zu lassen, als ob sie größer wären als Gott. Peter und John sahen, Jesus zu krucifieren. Sie sahen, dass die Leute gegen ihn gehen. Sie sahen all diese Dinge. Petrus und Johannes sahen, wie Jesus gekreuzigt wurde und wie die ganze Volksmenge gegen sie kam. sie sahen all diese Dinge. Und sie haben es erlebt und haben es gesehen, welche Kraft diese religiösen Leute hatten und was sie imstande waren wirklich zu tun. Und das hier war ja nicht sehr lange nach der Auferstehung. Aber sie gingen zurück zur Gemeinde. Sie gingen zurück zu ihrer Gemeinschaft. Die wusste, dass Nummer eins, das allergrößte und wichtigste das ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass wir durch ihn errettet sind. Und was machten sie also? Sie riefen Gott, du hast hier ein Problem. Gott, das ist dein Problem. Sie sagen zu Gott, diese Leute sagen dir, dass du nicht weiter über Jesus reden sollst. Sie sagen dir, du sollst aufhören zu heilen und zu befreien. Sie sagen dir, dass du aufhören sollst zu wirken. Sie sagen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel gemacht hat. Du hast die Erde gemacht. Du hast das Meer gemacht. Du hast alles, was drinnen ist, gemacht. durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und es sind die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten haben wirklich erkannt, was mit Jesus passiert ist. Sie versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel und hier kommt der Grund, warum sie es getan haben. Wenn Jesus nicht sterben hätte sollen, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen, weil er oftmals entkommen war. Und er sagte auch, niemand kann mir mein Leben nehmen, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt Herr, und jetzt Herr, sieh ihre Drohungen an, hör zu, was sie sagen und verleihe deinen Knechten mit aller Freimütigkeit Dein Wort zu reden. Halleluja. Halleluja. Sie werden dort wieder rausgehen, sie werden mit der Kühnheit, die du ihnen gibst, dein Wort verkünden. Seht ihr, sie beten das aus, dass es sich auch erfüllt. indem du deine Hand ausstreckst, sie konnten die Hand Gottes ausgestreckt sehen, durch die Hände von Petrus und Johannes und durch die Gemeinde. Und Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Halleluja. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, sie, 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 sie haben gebetet zusammen, haben sie gebetet, seht ihr, versteht ihr, dass das hier wirklich ein Kampf war, da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie, das Öl, das Öl, sie haben diese Schilde eingerieben. Sie alle wurden im Heiligen Geist erfüllt. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Könnt ihr hier einen Sieg erkennen? Könnt ihr hier den Sieg sehen? Sie beteten diese Bewegung Gottes aus. Als ich zur Bibelschule ging in Rema, da war es einfach nur Land zu einer Zeit noch. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Kuhweiden waren oder einfach Getreidefelder oder was es war. Ich weiß nur, dass es nicht Teil der Stadt war zu dieser Zeit, sondern einfach nur irgendwie wildes Land. Aber es waren Leute, die dort raus gingen auf dieses Stück Land und sie beteten. Und heute ist das ganze Areal das ganze Rema Bibel Training Center. das hunderte und tausende Leute raussendet in die ganze Welt. Wie viele Gemeinden kamen allein daraus hervor? Und nicht nur jetzt in Amerika, sondern wirklich in der ganzen Welt. Halleluja! Von nur ein paar wenigen Leuten, die anfangs sich versammelten, um wirklich zu beten. Halleluja! Halleluja! Paulus Er sagte, die Größe des Planes sehend, indem wir zusammen berufen sind. Darin beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er sprach hier über das Gebet. Er sprach darüber, dass wenn er betete, da betete er mit Sicht, er konnte es sehen. Halleluja! 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 Sieh es! Wir sehen es! Das sind mehr Dinge! Versteht ihr? Gott hat noch so viel mehr hier! Er hat einfach mehr! Und so wie ich über diese Treffen, die in den nächsten paar Wochen anstehen, betete, ich meine, da geht es wirklich darum, ein paar Dinge zu sehen. Halleluja! Es geht darum, dass ich sehe. Halleluja! 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 Und ich konnte Dinge sehen. Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Seht ihr, sie konnten sehen, als sie diese Dinge aussprachen, konnten sie die gewaltige Größe Gottes sehen. Sie gingen zurück auf das, was er getan hatte. Und sie nahmen das, was er getan hat, um gegen das Problem anzugehen. Und dann erkannten sie auch, was er tun wird. Und Kühnheit kam, dass das Wort verkündigt wird. Heilungen und Zeichen und Wunder Wunder über Wunder und ich frage mich, wie viele mehr wir noch sehen werden. Es gibt noch mehr Italiener, die Heilung brauchen. Es gibt mehr Leute, die Gehirnprobleme haben. So wie dieser kleine Junge, mit dessen Papa ich gestern sprach, da gibt es mehr Leute, die aus dem Rollstuhl aufstehen. Da sind noch mehr Leute, die kommen und sagen, ja! Ich möchte Jesus empfangen und ich möchte jetzt mich taufen lassen. Da sind noch mehr finanzielle Zeugnisse. So viele mehr. Wir haben so viel auszubeten. auszubeten. Der Herr sagte, die Karten werden neu gemischt. Er hat Pastora das gesagt. Und er sagte, nehmt mehr Zeit fürs Gebet her. Und da ist auch was mit Evangelisation. Was ist es? Was ist das? Der Plan kommt im Gebet hervor. I told her yesterday an idea that I have, but I'm not gonna open it up yet. Hallelujah. Okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm schon, Gemeinde. Komm schon. Nehmt diese Wurfschleudern und feuert im Gebet des Geistes. betet für diese Leute. Dein Kopf sagte, oh Mann, das sind aber echt harte Nüsse, die werden womöglich nie zu Gott finden. Nimm deine Spikes an deinen Stiefeln und stampf diesen Gedanken ein und bete im Heiligen Geist. Versuch nicht drüber nachzugrübeln, wie Gott es fertigbringt, diese Dinge zu schaffen, sondern bet einfach. Wenn du versuchst, es selbst herauszufinden, dann raubt dir das nur deinen Frieden. und genau das ist der Grund, warum manchmal Leute das Eigentliche verpassen und dran vorbeigehen, weil sie es erwarten, dass Gott es auf eine bestimmte Weise tun und er macht es aber auf seine ganz andere Weise. Halleluja. Halleluja. Und wisst ihr, ich habe gestern mit Tanja und Klaus gesprochen und sie sind auch ein Teil von uns. Sie sind regelmäßig mit uns über Livestreams verbunden. Und seht ihr, was Gott tut? Und Markus und Johanna. Halleluja. Aber wisst ihr was? Beide von ihnen sind angegriffen worden zur gleichen Zeit. Tanja konnte monatelang nicht mehr arbeiten. Und es sah so aus, als wenn ihre Karriere oder ihr Arbeitsleben vorbei war. und sie ist mittlerweile einer der allerbesten Verkäufer von XXXL in ganz Europa mittlerweile. Und denkt mal drüber nach, sie arbeitet nur Donnerstag, Freitag und Samstag. Und sie konnte nicht mehr arbeiten. Aber jetzt ist sie vollkommen wieder zurück. Und sie sagte, das ist ein Wunder. Und Klaus ist auch wieder zurück. Und all die anderen Leute, die mit ihm dieselbe Operation bekamen, sind nicht wieder zurück in ihre Arbeit. Und das ist es, was sie mir sagten. Danke. 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 Danke, Gemeinde. Danke, Gemeinde. Und dank der Gemeinde. Wir konnten die Gebete spüren, wie konnten sie wahrnehmen. Halleluja. Gemeinde, komm schon. Das ist genau dieser Schild des Glaubens. Wir wirken zusammen. Wir beten zusammen. Wir fließen zusammen. Pastora gibt die Vorstellung und die Idee davon, wie die Gemeinde ausschaut in den Augen des Herrn und wir hängen unsere Schilder des Glaubens darin zusammen. Und dann bleiben wir dabei. Bis das, was wir glauben, was Gott gesagt hat, dass es sich manifestiert. Halleluja. 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 Und je mehr Leute zusammen beten, desto größer wird diese ganze Linie, diese ganze Front. kommt. Denkt darüber nach. Wenn ich fünf Minuten in Zungen bete und jeder hier zusammen in Zungen bete, diese fünf Minuten, wie viel Gebet haben wir dann zusammen gebracht? Was ist aber dann, wenn tausend Leute das zusammentun? Nur fünf Minuten? Das sind 5000 Minuten Gebet zusammen in nur fünf Minuten Zeit. Da kann man wirklich davon reden, dass Engel wirklich loszischen. die ganze Zeit dann los ist. Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Nun, nicht im Natürlichen. Und dann lernen wir seine Wege. Wir fließen mit ihm und nicht er mit uns. Und wir versuchen nicht, die ganze Sache auszudenken und zu ergründen und zu ergrübeln. Halleluja. Amen. Der Helm des Hals hat zu tun mit der Seele und dass unsere Sinne erneuert werden mit der Errettung. Was ist denn in deiner Errettung? Dir ist vergeben. Du bist beschützt. Du bist geheilt. Du bist befreit. Du bist gerecht. Du denkst die Art wie Gott denkt über Situationen so wie Gott darüber denkt. Dieser Helm der Errettung und das Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist geschärft und es ist bereit. Halleluja. Es ist scharf und es ist bereit. etwas kommt daher. Es ist scharf und es ist bereit. Es ist zweischneidig. Im Griechischen steht an dieser Stelle im Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Das Logos Gottes ist lebendig und es wird lebendig zum Rema. Das Logos du weißt dass du weißt Gott hat geredet und das ist kraftvoll schärfer das hier ist nicht geschärft worden also macht euch keine Sorgen hierüber schärfer als ein zweischneidiges und das Griechische sagt eigentlich ein zweistimmiges was bedeutet Gott hat die erste Stimme und was er sagt muss in dich hineinkommen und du wirst dann zur zweiten Stimme du und Gott beim gleichen Schwert sprechen sein Wort und die Gedanken trennend und damit auch die Seele das hier wird das stinkende Zeug aus deiner Seele rausschneiden und Geist es wird aktiviert durch deinen Geist und dann die Gelenke und das Knochenmark dort ist die Stelle im Körper wo das Blut hergestellt wird im Knochenmark dieses Wort Geist Seele und Körper und ist ein Richter ein Unterscheider der Gedanken der Gesinnungen und der Absichten und Motive des Herzens Halleluja Unser ganzer Wandel dreht sich ums Herz Echtheit Keine Kopien sondern Echte Nicht übermantelt und überdeckelt und bedeckt mit einem Haufen Kopien und falschen Dingen oder auswendig gelernten Dingen an die du dich nur erinnerst sondern du echt du und ich als liebende Söhne und Töchter die mächtige Krieger sind die wissen wie sie stehen gegen all die Attacken des Teufels das ist es wer ihr seid er braucht nie wieder Angst haben und so wie wir vorwärts gehen mit den Dingen die wir euch lernen und ich möchte nicht dass ihr das vergesst wir müssen über einige dieser Dinge reden wir müssen unseren Feind kennen und wir müssen wissen wie wir Leute wirklich befreien können und keine Angst haben während wir das tun denn Jesus hat uns dazu berufen die Gefangenen freizusetzen Amen Amen habt ihr heute Abend was gelernt danke Jesus Vater wir danken dir für dein gewaltiges Wort danke für Gebet sag mal alle zusammen Halleluja für das Gebet Halleluja für Gebet Danke Jesus Danke Gebet Vielen Dank.